Du bist nicht wie alle anderen, denn du bist einzigartig und man kann Schema F nicht auf dich anwenden. Und dieses Video entsteht ein bisschen spontan gerade, denn ich habe mich gerade mit dem lieben Max, der hinter der Kamera ist, darüber unterhalten, dass man einfach nicht immer die gleichen Schablonen auf alle Menschen anwenden kann. Denn Fakt ist, ich bin jemand, der gerne lange wach bleibt, ich bin jemand, der gerne spät aufsteht, ich bin auch jemand, der gerne mal Gyms gibt oder auch gerne mal isst, worauf er Lust hat und auch jemand, der gerne mal eine Shisha raucht oder sonst was tut, was vielleicht für die meisten Leute so weit weg ist, wenn sie an Menschen denken, die erfolgreich sind und die viel Geld verdienen und sonst was in ihrem Business machen. Und der entscheidende Knackpunkt ist der, dass wir einen ganz, ganz krassen Trend hatten und immer noch Trend haben, der jetzt aber wieder so ein Spirituelle wechselt, der angefangen hat damit, dass ganz viele Menschen gesagt haben, du musst früh aufstehen und du musst kalt duschen gehen und du musst das machen und das machen und das machen und das machen und ansonsten wirst du nicht erfolgreich. Und ich möchte euch hier meine Gedanken dazu geben, denn ich bin auch ein Befürworter von diesen ganzen Performance-Hacks und ich bin auch ein Befürworter davon, sage ich mal, eine gewisse Disziplin mit ins Leben reinzubringen und zu implementieren. Doch ich durfte feststellen, dass es nicht für jeden praktisch ist, auch nicht für jeden gut ist und auch nicht für jeden anwendbar ist. Denn wir Menschen sind alle anders und wir sind alle einzigartig auf unsere eigene Art und Weise. Und dass diese ganzen Leitplanken wie geh kalt duschen, steh früh auf, mach dir einen Kaffee, meditier, geh früh schlafen, mach Sport, geh deine 10.000 Schritte laufen und dann hör dir noch dieses Hörbuch an und dann machst du das und dann machst du das und dann machst du das und taktet dir alles in einem halben Stundentakt ein. Das sind Leitplanken. Und diese Leitplanken sind ultra wichtig und auch ultra wertvoll für ganz viele Menschen, die vorher nur wie so Ping-Pong-Bälle die ganze Zeit hin und her geschmissen wurden. Damit sie mal geradeaus eine Linie gehen können, damit sie mal einen gewissen Rhythmus finden, an dem sie sich halten können, damit sie auch einen Rhythmus finden, an dem sie wachsen können, an dem sie auch eine gewisse Wachstumskurve erleben können und erleben dürfen. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, was die meisten dir nicht sagen. Und das habe ich vorher schon gesagt. Es funktioniert nicht für jeden. Und für ganz viele ist das sogar ein Teufelskreis mit einer Abwärtsspirale. Denn es gibt Menschen, die das einfach nicht hinbekommen, aufgrund ihrer Persönlichkeit, aufgrund dessen, wie sie gepolt sind, aufgrund ihres Sternzeichens, aufgrund was auch immer, dass sie es einfach nicht hinkriegen, draufzustehen und auch keinen Bock drauf haben. Und weißt du was? Das ist okay. Dass es Menschen gibt, die auch einfach mal sich gerne einen Burger reinhauen. Weißt du was? Das ist okay. Und es gibt auch Menschen, die nicht gerne Sport machen oder die auch nicht gerne kalt duschen gehen oder die auch nicht gerne viel spazieren gehen oder sonst was. Und das ist vollkommen okay. Und es gibt auch Menschen, die schlafen bei Meditation einfach ein. Und das ist okay. Und es gibt Menschen, die machen erst gar keine Meditation an. Und das ist okay. Denn das brauchst du alles nicht, wenn es für dich nicht die Effekte hat, die du dir davon erhoffst und wünschst. Und das beste Beispiel erlebe ich immer wieder auch mit meinen Geschäftspartnern, zum Beispiel Erik und Max, die wirklich so viel Energie, so viel Kraft, so viel Lebensfreude daraus ziehen, morgens früh aufzustehen um 4.30 Uhr unter der Dusche erstmal sich von Wim Hof anbrüllen zu lassen und direkt kalt duschen zu gehen und danach nochmal ins kalte Eisbecken mit Eiswürfeln reinzugehen, um 5 Uhr sich die erste Meditation anzumachen, dann den ersten Kaffee zu ziehen, erstmal draußen nochmal Wim Hof Breathing machen, 1000 Liegestütze, 1000 Klimmzüge und danach pünktlich um 7 sind sie parat, um zu arbeiten bis 22 Uhr. Zack, der Laptop geht aus, noch eine Meditation und dann wird geschlafen und am nächsten Tag dasselbe. Stehen die voll drauf, finden die voll geil, gibt denen ultra viel Energie. Weil Fakt ist, wenn sie es anders machen, wenn sie sich mal einen Cheat gönnen, wenn sie mal länger wach bleiben, wenn sie mal nicht meditieren, wenn sie mal nicht kalt duschen oder sonst was und ich spreche jetzt nicht nur von den beiden, ich spreche allgemein und wie gesagt, das sind nur meine Wahrnehmungen und das, was ich so für mich subjektiv feststelle, das ist nicht allgegenwärtig, ich bin kein Professor, Doktor, weiß weiß ich was, du musst das nicht für Bargemünze nehmen, was ich sage, du hörst es dir ja eh nur freiwillig an, dass es die voll rausbringt. Das heißt also, eine gewisse Spontanität und eine gewisse Flexibilität und eine gewisse Unstrukturiertheit in bestimmten Punkten sorgt dafür, dass die voll crashen. Sorgt dafür, dass die kein bisschen mehr performant sind. Während es andere Menschen gibt, die nicht mehr performant sind, weil sie sich vornehmen, früh aufzustehen, es nicht hinkriegen, früh aufzustehen. Sie müssen auch nicht mal früh aufstehen, das ist der Knackpunkt. Sie müssen es nicht, sie wollen es auch nicht, sie glauben aber, sie müssen es, weil es jemand anderer gesagt hat und sie scheitern jeden Morgen daran und beginnen damit, dass sie sich darüber aufregen, dass sie das Erste und Einfachste schon nicht geschafft haben. Das Gleiche geht dann weiter mit, okay, ich sollte doch jetzt Sport machen, ich sollte doch jetzt meditieren oder oder. Und das sind alles Dinge, die müssen sie nicht tun, sie wollen sie auch nicht tun, sie glauben aber, sie sollten es tun, weil es jemand anderer gesagt hat und starten permanent mit einem Teufelskreis, weil sie daran scheitern die ganze Zeit und sind dadurch nicht performant. Sie sind viel performanter, wenn sie sich die Flexibilität und den Freiraum und die gewisse Unstrukturiertheit erlauben, um darin die Energie und die Fülle und den Spaß zu finden, eine gewisse Performance einfach zu liefern und mitzubringen. Und ich fand es einfach mal wichtig, das mal auszusprechen und zu sagen, weil wir leben hier in keinem Entweder-oder, wir leben hier in einem Sowohl-als-auch. Und dieses Sowohl-als-auch bedeutet, dass das Schönste an der Persönlichkeitsentwicklung das ist, dass du dich persönlich entwickelst und persönlich reflektieren und feststellen darfst, was für dich funktioniert, was dir gut tut und was dir gar nicht gut tut und was dir gar nicht gefällt. Und das ist wirklich das Wertvollste, was ich dir hier an dieser Stelle mitgeben kann. Und vielleicht machen wir dazu noch ein zweites Video. Aber bitte, ich möchte dich warnen vor einem ganz, 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 ganz gefährlichen Trend, der gerade hier sein Unwesen treibt auf Social Media, der schon vor langer Zeit angefangen hat, bei mir erst so 2018 angekommen ist und in meinem Dunstkreis und der jetzt so mehr und mehr Mainstream-Hype findet. Und das ist die Spiritualität, die Esoterik, der Glaube an sich selbst. Und ich finde es so geil, denn 2016 habe ich... Ne, wir machen da auch ein extra Video. Freunde, das war der Teaser für das nächste Video. Wir machen hier nur One-Takes. Ich werde die Story in einem anderen Video erzählen. Auf jeden Fall, ganz wichtig für dich, wenn du für dich maßgeschneiderte Strategien möchtest, also heißt konkret, wenn du nicht nur ein Schema F willst, wo irgendwie tausend Leute durchgehauen werden und alle müssen das Gleiche machen, ansonsten funktioniert es nicht, sondern du Optionen haben möchtest, du Mentoren und eine Community haben möchtest, die dich versteht und dich akzeptiert für deine Einzigheitlichkeit und das Individuum, was du bist, in jeglicher Form und dir sowohl Gedankenansätze, Möglichkeiten, Chancen und auch ganz viele Optionen bietet, die für dich gut funktionieren können, dann klick mal unten auf den Link in der Beschreibung, denn dort haben wir ein Online-Training, wo wir dir ganz konkret zeigen, was wir machen mit der WeBull Brands Community und zwar Beschreibung, denn dort haben wir ein Online-Training, wo wir dir ganz konkret zeigen, was wir machen mit der WeBull Brands Community und zwar bauen wir Social Media Agenturen auf und helfen dir dabei, dass Firmen dir 1.500 bis 4.000 Euro bezahlen dafür, dass du den Social Media Auftritt managst und vor allem entwickeln wir dich zu einem Selbstständigen und nachher auch zu einem Unternehmer und vor allem helfen wir dir, deine Persönlichkeit massiv zu entwickeln, um wirklich ein eigenes Traumleben aufzubauen, um geografische, zeitliche und auch finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen und wir teilen in 90 Minuten kompletten Content, was wir da konkret machen, wie wir 1.000 Menschen dabei geholfen haben, das Hamsterrad zu verlassen, sich ein 6- bis 7-stelliges Jahreseinkommen teilweise aufzubauen, für einige ist das schon Realität und beantworten 30 Minuten lang Fragen, dazu findest du den Link unten, du kannst dir danach auch ein Gespräch mit uns buchen, um deine Teilnahme anzufragen an unserem Programm und ansonsten like das Video, gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, teile es mit deinen Freunden, lass einen Kommentar da, was du dazu denkst, was du für ein Typ Mensch bist und sonst schau dir das nächste Video an, wir sehen uns, dein Nick, bis dann, ciao. Und PS, wie ich gerade angekündigt habe, es führt ein zweiter Teil folgen dazu und zwar der neueste Trend, vor dem ich dich unbedingt warnen möchte, deshalb auf jeden Fall abonnieren, Glocke dalassen, mit deinen Freunden teilen und markiere mich auf Instagram, mach ein Foto, markiere mich, schick mir eine DM, ich freue mich, bis dann, ciao. acc Vielen Dank.